Hallo liebe Heimkino-Freunde, was ich hier habe, das wird euch richtig erstaunen, denn wer kennt das nicht, die Leinwand soll nach Möglichkeit faltenfrei sein, sollte keine Wellen im Bild zeigen und was ist dann meistens die beste Lösung? Eine Rahmenleinwand. Eine Rahmenleinwand wiederum ins Wohnzimmer zu integrieren, da hängt bei manchen sicherlich der Ausfliegen relativ schnell schief, weil so eine Leinwand ist nun mal eben nicht ganz einfach zu verstecken. Was ganz Neues, was wir hier auf dem Messefest gefunden haben, ist diese Leinwand hier. Stellt euch vor, am besten geht der Christian mal ein Stück zurück, man hat hier diesen Bilderrahmen und hier kann natürlich jedes beliebige Motiv eingeweckt werden. Jetzt passiert folgendes, jetzt klappen wir das Ganze entsprechend auf. Einmal nach rechts, einmal nach links Und schon habe ich eine perfekte Rahmenleinwand, die wirklich faltenfrei ist. In verschiedenen Größen ist das Ganze verfügbar, mit einem wattweißen Tuch, in dem Format 16 zu 9. Und ja, sieht doch noch richtig schick aus. Der ganze Rahmen ist mit einem schwarzen Velour ausgestattet, also keine Reflexion, gar nichts Störendes im Bild. Und wenn ich das Ganze wieder zusammenklappen will, ist das eine Sache von 10 Sekunden. Und schon sieht niemand, dass ich da eine perfekte Heimkinoleinwand in meinem Wohnzimmer habe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020